ist zu mir und rede nein stopp du darfst gar nicht reden im skript steht was anders 3 2 1 drede also dreh dich reden in 3 2 1 drede ich bin ein bisschen zu nahe mit der kamera ran ihr fällt gerade auf die leute haben wieder einen arm schick ja ein feld einmal guck mal guck mal auf die hose von thomas auf den arsch du musst natürlich eigentlich müsstest du okay lukas redet dann hat lukus auf drehen und wir gucken es auch sagen wenn ich auf einem sonst reden du redest jetzt noch und dann wenn ich sage wenn ich jetzt sage ray redet ray und du hast auf zu reden ok 3 bei 1 rede ich rede und passiert und jetzt du musst dich natürlich angucken stopp noch mal auf anfangen warum wädelst du mit deinen arm also weil er fliegt er muss sich erst so abfangen sonst steht er auf dem boden ich bin fett ich bin fett ich bin fett 3 2 1 kamera läuft jetzt hast du es endlich eingesehen jetzt jetzt du bist ja willst du mich verarschen warum was warum unterbrichst du mich wenn ich rede warum er steckt seinen kopf in die schulter das würde mich eher fragen dummste soll das beste projekt dieses jahr werden noch nach der dummste weg ins vier 3 2 1 kampf ja sie läuft du fliegst doch knauze 3 2 1 1 jetzt und wie unterbrichst du mich was soll das das ist achtungen ich gehe gleich mit dir vor die tür Ich geh jetzt Wasser trinken. Ganz krass. Wo willst du jetzt schon, dass ich rede? Ein paar Sekunden. Guck ihn an und rede. Und rede. Ich rede. Kann ich jetzt auch ein Zureden oder wie? Nein! Nein! Boah, kannst du das nicht einfach irgendwie schneiden? Ja klar, ich schneide jeden Frame aneinander. Während sie... So, der ist so ein Kopf oben, so ein Kopf in der Mitte, so ein Kopf unten immer so hoch und da hoch und da hoch und da. Genau. Äh, bück dich mal kurz. Okay. Das sieht richtig aggressiv aus, einfach. Hey, ich spring dich gleich an. Ich spring dich gleich an. Bück dich mal kurz, das sieht richtig aggressiv aus. Zweideutigkeit, Activate. Und Thomas Arsch sieht man wieder. Ja, Iven, das gefällt dir. Wo der Junge hinguckt. Ja, Breck, mach mal schlecht, wenn ich bitte. Mach mal ne Verschwinebus. Siehst du jetzt nicht meine Blasen? Ach, deine Blasen interessieren mich. Hier. Ja. Okay. 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 Dreh deinen Körper wieder richtig. 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 Dreh weiter weiter. Stopp. Und rede in 3, 2, 1. Hau mir doch. Ich bin dein fucking Vater. Ehren, das wird mit H geschrieben. Pst. Brandon und ich haben eh die beste Rechtschreibung in Abstand. Halt es eure Kaffe. Ich bin kreativ, ja. Ich darf das. Ja, genau. Wir sind die Kreativen hier. Und die wieder sichtbar breakt haben. Wir wollen hier sehen. Du hast gesagt, ich kann. So Leute, wenn ihr sehen wollt, was Breaktime noch so alt ist kann, dann liked das Video doch mal. Schaut doch mal bitte auf meinem Kanal vorbei. Und bis dahin, tschau, haut rein und auf Wiedersehen.